Musik 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 Und nicht den Mami Der Hintergang im Siegel wieder Mami Musik Besser Musik Musik Und dann machst du automatisch schon die Diva Nose Das ist ja gut, ja, das ist gut. Ja, aber ich würde es wieder runtergehen, hm? Gut. 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 Really rock. No, purple people. No, purple people don't know. Purple paper people. Purple paper people? Purple paper people. Purple paper people. Purple paper people. Musik Musik Auf Ja Und das I ist praktisch mein Einsteiger Ich singe aber nicht die ganze Zeit Dann wäre ich ja total nasal Das wollen wir nicht Sondern der I ist nur wie so ein Teppich Der hilft mir jetzt An diesen Tönen, in diese Töne zu kommen Diese Kraft zu gebrauchen Genau Und wir öffnen bei dem Also wir haben den Und das A muss jetzt wieder klar sein Oh, das A hat mir jetzt klar Ich mache nicht Too much twang down Ja Ja, und lasst Ja, gar nicht schlecht Lasst aber rechtzeitig los Bei dem Ja haben wir Wie das deutsche Ja eigentlich Da muss es dann einfach offen sein Schon bin ich ins A gehe Schon bin ich ins A gehe Ja, das ist wie unser deutsches Ja praktisch Wir sind ein bisschen höher Wir sind ein bisschen höher Ja Und es ist trotzdem noch ein bisschen zu nasal Aber wir gehen jetzt langsam mal hin Ja Und bei dem Ja Da darf halt keine Nasalität mehr sein Das Ja ist dann nur der Einsteiger praktisch Spätestens Also bei dem I Also bei dem I ist Nasal I Ja Aber ja I Und dann, wenn du dich schon Richtung Ja bewegst Dann muss es dann schon offen sein I Ja Oh In dem Moment, wo das Kinnfallen lässt Das Ja anvisiert Das muss offen bleiben Das heißt, das darf halt eben nicht Das muss ein klarer Ja-Sound sein Wir waren jetzt Waren wir jetzt hier genau I Ja Und jetzt musst du richtig Zunge nach vorne dann Kiefer fallen lassen Und ganz klares A I Can stay awake for this If that is what you want I Number one I Can stay awake for this Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann holt doch mal jetzt ganz schnell die Texte. Dann können wir das jetzt zusammen machen. Hug mal eure Texte raus. Genau. So, wer hat denn alles einen Text am Start? Holt mal alle so einen Text rein. Aha, okay, gut. Habt ihr denn den Titel schon mal gemacht? Also, wer einen Text hat, der holt mal bitte den Text zu sich. Ja, fast. Ja, fast. Ja, fast. Ja, fast. Untertitelung des ZDF, 2020